Guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Und ja, jetzt. Ich muss so aus, aber wenn ich meine, wie hat ich das gemacht? Bam! Nein, wir sind wieder, aber ich hab noch nicht Fan gemacht. Buuuh, mein Mund! Das ist so fällig wie gestern! Okay, ja, das ist so fällig wie gestern. Ich bin ja nicht auch gerne, das ist so fällig wie gestern. Aber ich hab jetzt mal was anderes an. Ja, Freunde, jetzt werde ich erstmal nichts tun. Und ich hab mir gedacht, das ist... Buuuh! Also, hab ich gesagt, da will ich gucken. Wow! Ich weiß genau, was ich so mache. Ich geh einfach mal in die Ecke. Jetzt. Ja. Ich hab' ja noch gar nichts, was ich heute noch genau... Was machen wir nicht? Außer wenn ich Kinder wieder lernen muss. Ich hab' ja noch... Bei dem Rest haben wir noch keinen Fall jetzt. Ich hab' ja noch drei Stunden oder so. Um zu schauen, was ich machen kann. Ich hab' ja noch. Ich hab' mit meinem Vater, aber... glaub' ich hab' ja noch ein paar Mal bekommen. Ich hab' ja noch gar nicht drüber. Ich hör' nichts drüber. Ja, ich hab' ja noch mal, vielleicht doch... Nee. Ich hab' ja noch eine Ahnung. ja auch gut passieren ja ich habe die Nummer das habe ich mir vorbeikommen die Leiter bleiben ja nachdem er noch denn Denn ich überlege, wenn ich bestimmte Sachen nach, ja, mir wollte ich das noch nicht fangen, was dann von diesem Video, das ich fand, lasst mich nochmal um das, macht mich, Cheerio und schaust mich auf, das bleibt so unnötig.